Ach, soviel Zuflucht heute. Unbelievable. Dass ich immer anfange. Hm, ist gezeichnend. Bin immer gespannt, was Cassandra spielt. Soll mir recht sein. Da geht doch was. Da geht doch was. Cass, was kannst du? Okay. Da kriegst du den Zinner ab. Oh, Markierungen entfernt sich auch. Das wusste ich noch gar nicht. Dieser war you. Der Todesfürst. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube, ich brauche mehr Todesfürsten. So, zwei, drei. Drei vielleicht. Drei ist eine gute Anzahl. Mhm. Hm, Cassandra. Ja, warum nicht? Na, die Todesfehle wird sich erst mal um Annalie kümmern, denke ich mal. Hm, warum hast du da nicht geheilt? Hm, okay. Oh, das ist doch geil. Da heilt er mich dauernd. Danke für die Lebenspunkte. Kann nicht ausgewählt werden. Danke für die Lebenspunkte. Das ist vier Mana. Mach ja was. Das war's. Drei, fünf, sechs, vier. Will ich was nutzen? Warum nicht? Auf den klopfen wir ein. Warum auch nicht? Jetzt kann er ausgewählt werden. Können sie alle ausgewählt werden. Noch eine Kaserne. Oh, das läuft nur, solange der Todesfürst liegt. Ist das geil. Schön, dass es nicht reicht. Na Mist, ich hätte gewonnen gehabt. Hab's nicht gesehen. Hab's zu spät gesehen. Das habe ich wahrhaftig zu spät gesehen. Du hast ja jetzt eine Zauberkarte gesucht. Vater Himmels Zorn. Tatsächlich. Na, die wichtigste Karte ist geblieben. Super! Super! Und gewonnen. So muss es gehen. So muss es laufen. Gleich zum nächsten Opfer. Gegen Arianna. Gegen Arianna. Mhm, mhm, mhm. Nichts. Aber beim necesitern. Genau. Entspanzen, ich sehe. Jetzt bin ich der Gere. Ich sehe. Du bist der Gere. Yse ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. ...gegen Ariana. Juckt mich nicht. Den Vampir kann ich wieder zurückholen. Und jetzt habe ich wenigstens einen Blocker. Schwupp und... Nö. Weiter geht's. Und seinen Stränge. Ach, den Vampir kann ich wieder zurückholen. Und der andere dient mir als wundervoller Blocker. Jetzt sollte ich eine Karte ziehen. Schlürf. Yum, 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 yum. Nochmal Mondseitenstränge. Ja gutt. Schwupp. 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 Schön wieder hochgeheilt. Und sonst spielen wir halt woanders mit. Tja, du hast jetzt auch eine, die nichts kann. Aber deine geht schlechter weg als meine. Oh, eine alternative Todesfee. Schön. Mein Gegner könnte Versklaven haben. Ja, und dann lege ich, äh, nichts. Und mein Gegner kann Control haben. Ich habe Control. Alles so eine Sache. Habe ich meinen Gegner noch gar kein Leben abgezogen? Das finde ich... fast traurig. Ja wunderbar, da kriege ich meinen wieder zurück. Endlich kann ich mal angreifen, Junge. Äh, das hat ewig gedauert. Schauen wir mal, hast du noch mehr von diesem Insektenschwarm? Ja, aber ne Todesfee. Ist auch okay. Diesmal keine Alternative. Anblick. Danke. Du kommst dahin. Du begibst dich dahin. Du begibst dich dahin. Alles wunderschön. Vampire gegen Ariana. Okay. So habe ich das gern. Er hat einen Seelenräuber verschwendet für eine Kreatur, die im nächsten Zug wiederkommt. So was nennt sich Value. Und nun? Ariana? Was jetzt? Was möchtest du jetzt tun? Noch nen ärztlichen. Ja, die werden langsam lästig. Das muss ich schon zugeben. Okay. Der wurde einfach geopfert. Werde ich einen schwachen Reap auf ihn spielen. Okay. Wunderbar. Wenn ihr in dieser Runde drei oder mehr kriegt. Okay. Okay. Das hätte ich nutzen können. Habe ich aber nicht gemacht. Er will da da und durch kitzeln. das Ende jetzt. Hier und heute. Zum Beispiel so. Ähm. Ich? Hier hin? Hier hin? Der hat so wenig Handkarten. Der ist absolut in der Defensive und meine Vampire wird einfach nicht los. Ah, jetzt kann er einen versklaven. Toll. Und? Brauche ich bloß als nächstes ein Buffereignis. Dann läuft es schon wieder. Chameleon 4242. Was wird das? Du könntest dort oben den... Ja, du hättest den dort oben töten können. Mit deiner Heldenfähigkeit. Du weißt selbst. Du musst etwas in den Weg spielen. Oder da irgendwas hinbekommen. Irgendwas wegbekommen. Theoretisch habe ich gewonnen, oder? Wenn er nichts weiter spielt, dann... Ah, okay. Wobei, das reicht trotzdem. Ich habe trotzdem gewonnen. Weg. Weg. Angriff. Angriff. Und Angriff. Siege. Du, Jew du Nilk. pouschae. Du. Du. him cher. Thack.